Okay, warte mal hier. Wir haben einen großen Elixitbeutel mit 50 Elixit, okay. Mehr nicht? Das war's? Och komm. Also ein kleines bisschen mehr hätte das schon. Na gut, na gut. Aber von hier aus haben wir einen super Aussichtspunkt. Okay. Als nächstes werden wir also dieses Objekt da in Betracht ziehen. Aber war hier nicht noch? Also da ist das Lager der Kleriker. Sollte Blake nicht auch irgendwo... ...da so? War da nicht irgendwie... ...weil wir hatten ja gesehen, als wir... ...ähm... ...ne? Als die halt weggerannt sind... ...und wir dann mal die Questkarte angemacht haben... ...dass die hier hinten irgendwo sich verkrochen haben. Und hier können wir auch direkt... Alter, da gehen die Berge nochmal sowas... ...k... ...warte, warte, warte, warte. Das ist das, ne? Da fängt der... ...dahinter fängt der... ...okay. Krass. Okay. Interessant. So, wir speichern. Und dann... ...sehen wir mal weiter. Also... ...da hin... ...ich möchte da noch auf jeden Fall hin, ja? So, bloß keinen Fallschaden kriegen. So, gehen wir wieder normal nah ran. Ähm... Okay. Ja, hier unten ist einfach eine freie Wüstenfläche... ...mit nicht viel Zeug. Warte mal. Alp... ...ja... ...alp... ...ne, hä? Ne, Alp... ...ja. Also, das erste ist ein A. Das zweite ist ein L. Das dritte ist ein P. Das andere ist ein Fake L. Also ein H. Und dann noch ein A. H. Alp... Ach, Alp... Oh, ich vollidiot. Oh... Äh, brauche mein Kopf dann aber auch recht, nochmal eine Weile, um zu schalten, so... Äh, 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 ja. Okay. Hab's gecheckt. Sorry. Bin dumm. So, warte. Wir legen uns jetzt noch einmal schlafen da. Alpa? Was ist Alpa? Oh, Mann. Okay. Ah, geil, ey. Ey, ey, das freut mich voll, dass wir halt so... ...immer besser werden, in der Sprache quasi. Das ist schon echt cool. Das kann schon einiges. Boah, wie... ...wie... ...wie heller das jetzt hier aussieht, ohne wie dieser... ...den ganzen Gelbstich war. Ach, ach, auch entspannt. Station Alpha quasi, in dem Sinne dann, ja. So, jetzt kann man's mit euch auch aufnehmen. Aber vielleicht bitte erstmal nur einer von euch. Ja. 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 Komm her. Jetzt komm halt! Na ja, ernst? Seid ihr irgendwie derselbe? Also, im Sinne von... ...hier sollte eigentlich nur einer gespawnt sein... ...und jetzt sind's aber zwei aus irgendeinem Bug oder so. Au. Und jetzt macht die K.B. halt irgendeinen Scheiß oder so. Also... ...halt so, wie sie halt machen würde. Nur halt zwei verschiedene... ...irgendwie. Ach, keine Ahnung. Halt! Stopp! Ich hab... Oh, fuck! Falsche Taste! Bin auch eh gekommen, anstatt auf Laufen. Fuck. Wow! Wow, 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 wow. Okay. Jetzt warte mal. Okay. Der eine ist down, wunderbar. Den anderen kriegen wir auch so hin. Ähm. Anvisiert ist er, ja? Was? Warum... Dreh dich doch richtig rum. Scheiße. Ja, ja, und... Ups! Alla! Nix da. Nix Angriff. Nein. Du bist jetzt... Klapp! Ah. Wundervoll. Geil. Schön. So, speichern, speichern, speichern. Ähm. Da hoch wollten wir noch. Man könnte Gesichter darin erkennen. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich noch Blake finden, ne? Also die Leiche von Blake. Die gibt's bestimmt irgendwo. Ne. Okay. Da scheint's hochzugehen, oder? Oh, da ist ein Golem. Oder wie auch immer. Ja. Wie auch immer das heißt hier, ähm. Oder irgendein Slugbeast, oder? Keine Ahnung. Wie sie es alle genannt haben hier. Auf jeden Fall ein krasser... Krasser, krasser Typ, der... Äh, noch nix für uns ist. Noch lange nicht. Oh, das hat jetzt nicht gereicht. Wow! Das war jetzt so ein richtiger Killer-Di-Moment. Oh, und... Ups. Wo? Was? Ende ohne Ende? Also ohne Ende... Bild... Okay. Ja, okay. Aber komm, wir können das auch ohne Heilung schaffen. Komm schon. Und wehe, irgendwer beschwert sich, dass wir schon wieder einfach nur rumlaufen und ein bisschen kämpfen und sterben. Wir haben so viel Quest-Gedöns in den letzten Folgen gemacht. Oh. Oh, komm. Oh. Oh, Mann, ey. Außerdem... Tja, gehört das ja eigentlich auch noch teilweise zu Quests. Ich meine, klar, wir haben ja das Kleriker-Lager, ja. Aber halt auch dann, wenn uns schön Zeit nehmen und die Gegend abrund legen. Also wenn schon, dann auch richtig, ja. Wir müssen immer noch den Blutigen finden, wer auch immer. Das ist aber... Red hatte den halt mal erwähnt, ne? Und der hatte irgendwas noch mit... mit Blake zu tun. Und... Oh. Da ist ein Häuschen. War'n wir hier noch nicht, ne, oder? Ist da wer? noch ein Elex. Okay. Sonst ist hier nix. Okay. Aber hier... Hier... Hier muss noch mehr sein, oder? Noch irgendwas drumherum hier um das Hüppchen. Ne? Okay. Ach, hier, das kann doch nicht alles sein. Ich meine, wer irgendwo... Die Leiche von Blake gibt's 100 pro. Und... Die Sache mit dem Blutigen... So hieß er, ne? So hat er ihn genannt. Wer auch immer das ist... Das muss auch immer noch was mit... Ähm... Mit den ganzen Sachen zu tun haben, die wir eigentlich jetzt quest... Ist da ein Loch? Da oben? Ist da ein... Ist da was, oder ist da nix? Das möchte ich jetzt aber wissen. Geh, speichern. Radioaktiv verseuchtes Gebiet... Ist da! Na, na, jetzt fall doch nicht runter! Hallo, hallo! Wann, 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 wann! Arrungenschaft freigeschaltet. Fallobst. Ha, ha. Radioaktives Gebiet ist da? Warum? Jetzt... Jetzt interessiert mich aber... Oh, fuck. Ja, wir müssen unseren Boost erstmal wieder regenerieren, war. Okay. Array, was hast du für Zuckungen, Mensch? Ist doch alles gut. Oh, Mann. Ähm... Warte mal, lasst mich mal kurz überlegen. Wir sind jetzt bei... ...da-da-da-da-da-da-da-da-da-dam, müssten jetzt bei... ...Folge... ...vier in dieser Session sein. ...die dann noch geht. Ähm... 13 Minuten, ne? Oh, okay. Ich warte hier. Ich bin auf jeden Fall in Schaden, aber... Da ist das einfach nur auch wieder so eine Einbuchtung, oder? Hm. Das... Schade, okay. Aber da ist auf jeden Fall irgendwas. Wenn da halt... Oder hat das generell mit der Höhe zu tun, in der... Darf man einfach nicht höher? In der Welt? Ich warte hier. Darf man? Soll das uns sagen, dass man einfach nicht... Willst du mir jetzt nicht erzählen, dass das Gesamte hier alles einfach... Einfach... Als... Als Abwehrmechanismus radioaktiv verstrahlt ist. Einfach, dass man hier nicht... Dass das keine Play Area ist, oder? Einfach von der... Höhe und Zone her... Ach komm, echt jetzt? Willst du mir jetzt nicht erzählen, oder? Hm. Hm. Maja. Weiß ich jetzt nicht. Was passiert, wenn wir hier langlaufen? Es scheint echt mit der Höhe zusammen zu sein. Hier ist das Klerikerlager. Ist das echt einfach so eine Abgrenzung, dass du halt nicht auf die Hügel hier drauf kommst? Auf die Berge? Ist das einfach keine Play Area mehr? Das ist echt sad. Hm. Scheint so, wa? Na. Okay. Haben wir... Noch irgendwie... Ähm... Was Quests angeht. Ähm. Hm. Haben wir da irgendwas? Cindy. Okay. Das hat damit was zu tun. Okay. Das kann man auch machen. Ähm. Aber... Was jetzt Red angeht... Und halt... Den toten Blake... Und diesen blutigen... Da gibt's jetzt auch nicht mehr. Ich mein, wir konnten jetzt mit Red auch nicht mehr drüber reden. Nichts. Nada. Das ist so... Boah, ich weiß nicht. Also da ist... Da hängt auf jeden Fall noch was mit hinter. Irgendwas mit dem Blutigen. Keine Ahnung. Das... Wir hätten das fragen sollen. Wir hätten ihn... Bei der Eingesprächsoption... Weil dann... Dann ging das einfach nicht mehr. Weil wir was anderes halt gefragt haben. Aber... Oh fuck. Aber irgendwo hier war da auf jeden Fall irgendwas von wegen... Wo Blake sonst immer rausgegangen ist. Und dann halt... Da hat halt Red das Geheimnis erfahren. Aber... Das war halt hier irgendwo. Das war... Also die... Ich meine, das war ein bisschen... Also entweder war das Klerikerlager weiter nördlich. Oder eben das. Ich meine, das... Müsste hier irgendwo... Oder eben hier irgendwo. Aber wir waren ja jetzt überall. Das irritiert mich jetzt. Naja. Also das müssen wir auf jeden Fall noch erkunden. Und jetzt... Jawohl, warte mal. Ja, wir können ja mal ein bisschen hier oben lang laufen. Schade ja nix. Dann können wir uns mal einen... Überblick über diesen Komplex hier... ...verschaffen. Dann läuft Wasser? Okay, das sind halt so Biotope. Okay. Irgendwelche Habitate oder so. Mhm. Mhm. Was ist denn hier? Ich glaube, ich bin jetzt hier wo, wo ich es noch nicht sein sollte. Oder so. Äh. Oder zumindest noch nicht hinwollte. So unbedingt. Miese Gegend. Ganz miese Gegend. Ist ernsthaft Gift? Schade. Was ist das? Einfach eine Lampe oder was? Okay. Höhle? Höhenartiges Gebilde? Vielleicht? Wäre cool. Possibly. Und das möchte ich jetzt gucken. Dat möchte ich jetzt gucken. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Kann ich das aufmachen? Kann ich da rein? Kann ich da hinter dieses Gitter? Das hat noch gezählt. Nein. Du greifst mich nicht an. Danke. Wunderbar. Komm, jetzt. Jetzt kommt noch der andere an da hinten, oder was? Nee, please not. Ach, der kommt nicht an. Was? Ach komm, ich war ja wohl schon hoch genug. Das ist doch nicht dein Ernst. Bin extra früh losgeflogen. Nein, du. Ach, fuck. So, jetzt aber hier. Verkackt. Vielleicht sollte ich auch mal wieder normale Schläge versuchen. Komm schon, komm ich vielleicht doch weg. Nein. Okay. Komm her, komm her. Ray, sag mal, bist du eigentlich... Ist das dein verfickter Ernst, Ray? Hm. Ja, ich hab jetzt mal normale Schläge da. Genommen. Seit langem halt da. Weil ich die Schnelligkeit von den Schlägen halt grad gebrauchen kann. Ach, fuck, man. Was soll denn das hier? Müssen wir uns jetzt ernsthaft heilen für diesen Fuzzi? Das muss doch nicht. Wir müssen doch das Zeug nicht verbrauchen. So, Ray, kannst du jetzt mal bitte mithelfen? Wie ist das denn? Alter. So, kann dein Fokus bitte mal auf ihn gehen? Alter. Es ist aber auch mal gut hier kommen. So, Dankeschön. Halt, nein. Okay. Speichern. Okay, was ist hier los? Pff. Uh. Warte, speichern. Wahnsinn. Wenn mein Bruder das sehen könnte, müssten wir seine Kinnlade vom Boden kratzen. Woher sind wir? Wo sind wir? Was? Was? Wir sind jetzt von von hier nach nach da? Wo? Was? Was in aller Welt haben wir hier gefunden? Okay. Okay. Ein Lock für irgendwas. Alter, für diese fette... Was hat... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Don't... Don't... Freaking tell me... Als... Wir... Wir sind jetzt in dem Ding drin. Als... Was? So... Okay. So schnell hab ich damit jetzt nicht gerechnet. Ähm, 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 ähm... Ich bin ein bisschen überfordert. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ähm, sicher, dass wir das vor... Warte, kommen wir von da oder von da? Äh, 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 ich glaube wir kommen von dem anderen Ding, oder? Oder? Warte, hoch. Äh, warte, 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 warte. Da ist doch... Da ist doch... Okay. Ähm... Ich kann hier theoretisch... Kann... Oder? Ach so, das ist eine Scheibe, okay. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Ich dachte, das ist kaputt. Ähm... Was in 7 Hells? Dann ist mir alles zu viel hier, da ist mir alles, da ist mir... Ähm... 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 Warte, was? Dann geht's doch... Ne, 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 nee. Ne, 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 das lass mal mal schön sein. Ja, ja, ja. Wir sind ja von hierher gekommen, glaube ich, oder? Oder? Was? Ich geh dann mal wieder. Denn die Folge ist gleich zu Ende. Das gucken wir uns ein anderes Mal an, aber nicht jetzt. Da wollte ich jetzt nicht lang helfen. Äh, 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 drück. Als ob da einfach so ein gigantischer Ultrakomplex mitten in dem Ding drin... What the shit? Dann kommen wir von da und von da und da und... Hilfe, dafür bin ich noch nicht bereit mit meinem Kopf. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Äh, anscheinend. Ja, okay. Was ist hier los? Oh. 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 Oh, okay. Ähm. Ich glaube, wir sollten hier einmal dann die Folge beenden und dann mal... Weil ich glaube, wir, wir, wir begeben uns hier gerade in Gebiete, die ein bisschen zu krass für mal eben... Das sieht aus wie eine Art Ladestation. Irgendjemand hat hier etwas gebaut. Er konnte seine Arbeit aber scheinbar nicht... Ne. Nicht... Fuck. Nicht beenden. Ich hoffe, da käme jetzt nicht noch was hin. Fuck. Ich wollte doch nur das Zeug einsammeln und dann habe ich aus Versehen ihn angeklickt. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Okay. Ja, Leute, also, ähm... Ich würde mal sagen... Komm, komm, komm. Die eine Kuppel gucken wir uns jetzt mal an. Das ist... Alter. 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 Alter, sieht das heftig aus. Sweet. Mann, 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 ey. Was ich hier nicht alles gibt. Krass. Ah ja, und hier ist dann... Okay. Aber eigentlich wollte ich halt in diesen Komplex noch gar nicht rein. Ich bin dann nur mal so seitensprungmäßig abgebogen. Und dann haben wir auf einmal viel zu viel gefunden. Hilfe. Ey, ich gehe dann mal wieder, ne? Also, Leute. Wir verfolgen, ähm... Wir verfolgen... Ja, Alpha ist hier überall, ne? Wir verfolgen jetzt erst mal den Plan, den wir ursprünglich hatten. Und hier diesen fetten Komplex und dann diese krassen Fahrstühle. Richtung Kleriker, Mainbase oder was auch immer das da jetzt war. Äh, holy kapoli moly showly doly. Alter. Was bist du? Kann ich dich besiegen? Du hast Kabel, wa? Terrorvogel. Terrorvogel, ah. Gegen so einen haben wir schon mal vor langer... Ups. Ah, lol. Ich wollte gar nicht ins Hauptmenü. Gegen so einen haben wir schon mal vor langer Zeit gekämpft, ne? Damals noch deutlich komplizierter als heutzutage. Trotzdem immer noch nicht easy. Ähm, warte doch mal. Ich wollte hier doch gar nicht hin. Es tut mir leid. Lasst mir in Frieden, please. Halt, stopp. Ich könnte euch zwar besiegen, aber nicht jetzt. Halt. Ach, fuck. Äh, ich will doch gar nicht. Ich wollte doch eigentlich nur da hinten hin, ja? Da ist der Typ, okay. Speichern, rennen, 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 rennen. Okay, 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 okay. Also, ursprünglich, ja? Waren wir härter? Haben wir jetzt nochmal diesen kleinen Seitensprung dorthin gemacht. Nächstes Mal kümmern wir uns um das Ding da. Hier. Und dann wollte ich eigentlich... Wieder eins vor. Vielleicht noch ein bisschen was erledigen. Und dann eigentlich mit meinem ursprünglichen Plan weitermachen, dass wir mal zu unserem Teamlager gehen und alles... Ah, guck mal da. Es ist mir jetzt alles zu viel hier. Holy moly. Exciting stuff, den wir uns irgendwann nochmal angucken. Aber nicht jetzt. Please. Das ist jetzt gerade too much. Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn ich da nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.